Ich hasse halt dieses Spiel Warum hast du dieses Spiel? Ja guck mal, deren Tank an Die hab ich schon, der hat Ozan, ne? Du musst sagen, dass du deine Ranks verdient hast Alter, wir haben RZA Und wir haben RZA Alter, wir haben Big Man Wir haben Marmangay Big Man Ach, ähm, gehst du unten lang? Ja, geh unten lang Achso, könnte ich versuchen, keine Ahnung von oben aus Ach, ich geh aber main raus und dann Und das Oder wollen wir slash die Taktik? Du gehst hinten lang und dann fühlst die Hinten lang? Also gehst halt hinten einmal Ich hab das Ralf Hau gezeigt Ah, ich hab's gesehen, warte, ich geh hin Wow, Alter Jees Ey, ich hab die Zuschauer, wer's gesehen hat Oh, die haben Du Fist Ja Die haben Du Fist Oh, oh, ich hab auch Jeder, den? Ja, ich dachte, du kommst mit, schade Oh, du, okay Ja, äh, ich hatte auch Ich hatte euch das Ding Wow, und das Alter, ich hätte Wir hätten die Soldaten so aufräumen können Und den Baptisten mitnehmen können Und dann Um dich rum waren viele Leute Du wurdest richtig Zerstört Alter Zerstört heißt zerstört Alter 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 Nää Okay, was passiert hier gerade? Alter, die treffen sich jeden Schuss Alter, die treffen sich jetzt jeden Schuss, Usam Bitte Okay Okay Moment Ich muss mich kurz sammeln Ich merk schon Hör, dann steht rein, nur ja Macht's mir nicht kaputt Hör, dann steht rein, nur ja Mach's mir nicht kaputt Uau, aua Uau, ich weiß nicht, ich bin auf 24 Hä? Okay Der hat aber aufgehört bei mir in den Charge Geil Gutes Spiel Da schlappt keine Bugs Ne, überhaupt nicht Wer hat da oben Ich hab da oben Wer hat immer noch da oben? Ja, er macht nichts. Er hat mich in der Loop gemacht! Das ist so dumm, ne, mit diesen Selbst-Teams und das Ganze. Um wie viel er hat er sich? Um 100, ne? Äh, um viel. Wenn er unter der Hälfte HP hat, dann hält er sich richtig krass. Ich kenne die Zahlen nicht. Alter, er hatte nur 50. Und er hat immer noch 100. Ach, Alter, ey, der BAM, ne? Der ist krass. Der ist heftig, der dürfte jeden. Ja, ich hab wieder Dis-Borg. Ich hab eine Dauer auf Dis-Borg, da kann ich nichts gegen machen. Scheiß, komm ich irgendwie raus, lebendig? Meteor Strike! Meteor Strike kommt, wird schwer. S1, S1! Alter, jetzt wird man tot. Ich hab noch Raygun-Schuss abbekommen, Alter. Ich hab Dynamite Raygun, Alter. Ich hab Dynamite Raygun, Alter. Alter, dera, dieser scheiß Dufus, ne? Ja. Er geht aber hallo, er entflogen. Ja. Ah, durchgemacht. Muss ich sagen. Hast du eingehen? Ja, aber warum nicht? Au. Ja. Ja, ich voll grad. Egal. Das hat nicht geklappt. Ey, warum?! Ich hab' alles für's zugegeben. Heilungskraben. Okay. Ah, ich muss irgendwas gegen diesen Dufus tun. Oh, wow. Ich wollte grad wechseln. Ja, ich wollte grad Hawk gehen. Wow, Mercy. Ey, Oda, ich hab' alles für's zugegeben. Ey, Oda, ich hab' alles für's zugegeben. Der war einfach den scheiß Bob in mich. Jaaaa! Liegwürdig! Ich hab' mich versucht hinter, den still zu liegen. In unsere... Links rein. Äh, ich schiebe. Äh, auf mich hoch geschossen ist das schwierig. Oh, da war die Payload. Hallo, Payload. Jaaaa. Verstaff' ich das? Ehrlich? Ey, geht drauf auf mich! Ne, Alter. Ich kann nix machen. Wir sind jetzt auf den Führern. Was? Arrgh! Digga, unsere DPS ist so crap. Alter, ich kann halt... Alter, die... Die trappen mich hier. Ich weiß. Ich kann versuchen... Brauchst du günstig? Ich kann so gewinnen, wo uns kommen. Alter, ich... Alter, ich bin mit dir... Alter, Alter! Das Feld hat ne größere Hitbox, als es angezeigt wird, ne? Welches Feld? Von Sojourn. Also, auch geil gespielt. Vorher zu sagen, hallo. Hallo, hallo. Ich hab' ja keinen Bugs. Was? Er geht wieder auf mich! Er geht... Digga, jetzt hab' ich keinen Bock mehr. Er unter mich! Er geht wieder auf mich! Er geht wieder auf mich! Er geht wieder... Digga! Er hört sich auch vor ruhig zu gehen. Das ganze Spiel über. Was hast du denn irgendwie denn getan? Warum bleibst du nicht bei mir? Ich musste ein bisschen rein! Nee, du musst bei dir bleiben. Vielleicht kann man ja, glaube ich. Alter, Alter, ich wollte es... viel schottet. Alter, der trifft nur Headshots, ne? Ja, der ist halt so krass. Und? Das ist einfach dumm. Ja, der heilt halt nicht, aber das braucht er halt auch nicht, wenn er... Wenn er halt alle killt! Alter, er ultet da halt, ne? Ist das ein Dreck, ein... Komm her! Komm mit! So! Ich will da nicht reingehen. Falls du ein Fist da hast, hab ich ein Problem. Ich will das nicht weggehen. Hinde, die ist voll schön. Jo! Wow! Den drägen mir hingegen. Könnte ich viel machen? Ähm! Oder? Ja! Hast du jetzt gewechselt oder... Was? Ja. Bin dabei! Ich bin dabei! Auch Hock ist besser, glaube ich! Ja, Hock ist auch besser! Moin! Halt der Mann. Holt ja mal. Ah, der hatte. Ah, der mit einer, ne? Ja, genau. Darum war vielleicht nicht der beste Pick jetzt. Aber, eyy. Egal. Ja, ich glaube, August hat er besser gewesen. Ja, ja. Egal. Okay, du bist einfach aus meinem Sichtfeld weggeheated. Ich bleib einfach in der Luft, da kann er mich nicht klappen. Er hat mich getroffen, er hat mich getroffen, er hat mich getroffen, ich bin getroffen. Ich mach's zurück. What? Ne, ne. Hat keiner gehört. Fast muted. Alter. Der Hook. Hat er so verliebt. Ich hoffe, du guckst dir nachher in diesen Hook an. Alter, bei der Hook irgendwie los. Ja. Okay, ich wollte eigentlich grad gucken, ob Pintos jemand ist. Alter, du kommst hier runter. Er hat mich auf mich zu. Er ist ... Oh, da ist es, da ist es. Ich weiß, du siehst, du siehst, ich sehe. Ich weiß, du siehst. Ich weiß, du siehst, ich sehe. ich habe ich mehr schaden als die ps wie also der dummf ist ja der rekt der rekt er hätte euch alle drei treffen können ja ich bin extra in der luft und an den wenden damit er mich nicht treffen kann du trist mich trotzdem genau schade wie er es jetzt los rennt boah ozan, nur gutens könnt ihr euch mal ein like da lassen wenn sie ähm ja so bei zwei likes macht ozan level 100 rush in diablo 4 bei diablo öh und zwar ohne zu schlafen bis das erreicht hat lass uns sagen bei 3 ja ok genau und ab 1 likes gibt es überhaupt diablo vorher nicht, vorher habt ihr pech gehabt echt mal also wenn ihr diablo sehen möchtet ne muss einer liken jetzt noch mal bei 3 likes ne wie gesagt oder nix und löschen aus alter indien weinen und sich der schieger ey ich hab vom geldschirm ein geschossen von matisse der hat uns alle 3 gemacht äh ok das hat er zuerst aufgespürzt und bis so was hatte er auto locker an vielleicht hat der auto lockern aber wie kann ich bin er ich meine er lässt sein team allein wenn er sein team allein lässt doch und er schießen beide auf den genji der mich reflektiert und die hören noch nicht auf er geht von der heilung weg am besten er und ich krieg den du nicht glaube ich er Er ist auf, er ist auf, er ist auf! Weiß ich, aber mir geht's auch nicht so gut. Alter! Er hat mir wieder 3 Headshots mit einem Schuss gedrückt. Alter! Ja, ich merks gerade, ich hab ein 1-1 gegen den. Leute, der im Hotel ist auf dem Boden! Was?! Alter, das ist rigged! Das ist rigged! Also, meinst du, der wurde rigged? Ich wurde rigged! Der im Hotel ist, der war im Boden quasi, ist nicht in die Luft gegangen. Alter, direkt Genji da. Die beiden halten auf das W. Der Ozan hat das, ein Ozan. Ich versuche ihn, aber die Manipi geht zurück. Ah, was? Der will nicht, du Ozan, der will nicht! Der ist R11. Alter, oh mein Gott, wurde R11 von unserer 11. Ah, schade. Schade, schade, ja. Hint euch, warte, ich komm wieder, ich komm wieder. Alter, ich wurde gelöscht, hab mich wieder gewonnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, oder? Bin ich ehrlich? Ich weiß ja nicht, ja, wir müssen dafür nur den Baptiste fokussen. Und also, das Ding ist der Geist, der Geist ist krank und der Baptiste. Alter, wir haben uns ein bisschen krank! Alter, Ozan ist ungewöhnlich. Ozan stand da, Ozan stand da in der Ecke, ne? Ja. Und ich wurde getroffen vom Punch. Viel spiel. Ich hab ihn aber durch die durchgerollt. Ich hab ihn durchgerollt. Oh, okay, was? Er kann mich da rauspunchen? Krass. Alter, Alter, Alter. Oh, ich musste den Splash schon haben. Ja, bin ich explodiert. Alter, Alter, ich werde gelöscht. Er geht wieder auf mich im Stil. Ach, Mann, scheiße. Oh, ich dachte wir haben verloren. Ich bin aber stehengeblieben. Okay. Nein! Okay, bin da. Oh, mein Gott. Ja, der Baptiste hilft jeden. Auf Tank, auf PS, auf Support. Er wird auch gepockert. Alter, ich stehe im Inner-Helf. Was? Ne, boah. Das war's, Alter. Das war eine Schelle. Ja, der Baptiste hat alle gelifft. Ja, weil ich mal seine Stats sehen. Alter. Ja, der hat einen Supporter, der hat DPS und der hat euch Panks gedifft. Er hat einfach alles gemacht. Er hat Geisteskrankhilfe. Alter. Ja, guck mal noch. Zack, hast du... Das meine ich. Ja. Er ist dann kurz auf die Auto-Lock. Guck mal, einmal geheilt. Zack, alle voll. Steht nicht. Ja. So.